So stellt man sich einen Start-up-Chef vor. Sportlich-dynamisch kommt er mit dem Rad zur Arbeit, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Was genau Thomas Kubbe und sein Team machen? Das hier. Sie erkennen es nicht, kein Problem. Wir sammeln vom Markt Batterien von Elektrofahrzeugen ein, die ihr erstes Leben in E-Fahrzeugen schon hinter sich haben und geben denen eine zweite Anwendung. Wir ermöglichen denen ein zweites Leben, Und das sieht dann so aus. Der sogenannte Batterie-Rack. Bestückt mit verschiedenen Batterien von verschiedenen E-Autos. Gelagert in einem Standard-Übersee-Container. Mit dabei eine eigene Schaltzentrale und natürlich eingebaute Klimaanlage. So umfunktioniert dient der Rack als Energiespeicher für z.B. Photovoltaikanlagen. Am Ende eines Elektrofahrzeuglebens hat die Batterie in der Regel noch 75-80% Restgesundheit, wie wir sagen. Und diese Restgesundheit, die reicht für uns aus, um so eine Batterie noch mal sinnvoll in ein zweites Leben zu überführen und eben in einen stationären Energiespeicher zu integrieren und zu betreiben. Und Batterien gibt es mehr als genug. Alleine die Deutsche Post betreibt in Deutschland eine 23.000-fahrzeuggroße Elektroflotte. Wer jetzt denkt, das ist doch nur ein Gerüst mit ein paar Batterien drin, einfach alles verbinden und fertig, der täuscht sich gewaltig. Simpel ist es leider nicht ganz so. Also wir haben uns da sehr viel Gedanken zu gemacht, wie wir in der Lage sind, solche Batterien miteinander zu kombinieren und wie wir auch in der Lage sind, diese Batterien in unserem Speicher zu betreiben. Das ist nicht ganz so einfach. Also man kann sie nicht einfach einschalten und dann funktioniert, sondern da gibt es sehr viel intelligente, digitale Kommunikation dahinter, die wir simulieren müssen. Und das ist schon relativ viel Know-how. Und Know-how kostet 95.000 Euro, muss man für so eine Einheit berappen. Die Kunden variieren zwischen Mittelstand und Industrie. Was die junge Firma antreibt, ganz klar der Nachhaltigkeitsgedanke. Die Ressourcen der Batterien können so für schätzungsweise 10 weitere Jahre genutzt werden. Was wir hier sehen, ist quasi eine Benutzeroberfläche, die wir für jeden im Betrieb empfindlichen Speicher anwählen und uns anschauen können und dort sofort feststellen, wenn dort irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Idealerweise stellen wir das sogar fest, bevor der Kunde das merkt und können den Fehler schon beheben. Wir können auch über die Remote-Diagnostik hier in diesem Falle auch den Speicher zum Beispiel neu starten. Das können wir aber alles machen, ohne vor Ort zu sein. Laut Thomas Kube ist das Unternehmen in dieser Form in Deutschland bisher einzigartig. Ab August soll hier in Chemnitz dann eine Batterieeinheit pro Woche produziert werden. Alles im Sinne der Nachhaltigkeit.